Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Far Cry 4. Ich war mal eben bei mir zu Hause und hab mir den Gyrocopter abgeholt, weil es einfach viel schneller und viel einfacher zum Turm geht, als wenn wir zu Fuß dahin rennen. Und wir sind auch schon fast da und dann gucken wir einfach mal, ob es denn hier jemanden gibt, der erschossen werden will oder ob wir ganz einfach oben landen können. Das ist jetzt eine spontane Idee von mir. Können wir eventuell sogar auf dem Turm landen? Das wäre doch einfach mal der Wahnsinn, möchte ich meinen. Müssen wir da gar nicht hochjuckeln, sondern können uns da einfach irgendwie hinstellen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hier sogar hin. Vielleicht zumindest hier auf dem Vordach. Mal ein Stückchen tiefer. Vorsicht, Vorsicht. Ganz vorsichtig. Als bloß wir mit dem Rotor da ans Haus kommen. Uh. Bleibt ihr hier stehen? Ähm. Okay. Ich glaube, ich, äh, bis wohl nur... Okay. Schade. Es liegt leider auf der Seite. Insofern würde er gleich kaputt gehen, aber egal. Wir können uns jederzeit einen neuen bei uns zu Hause abholen. Ja, das ist ja hochinteressant. So. Glockenturm befreit. Was gibt es denn hier so in dem Gebiet? Einmal einen liegenden Gyrokopter natürlich. Agori Ashram. Sieht da ganz interessant aus. Kleines Hütchen. Avinash Grundschule. Grundschule muss auf jeden Fall befreit werden. Das ist wichtig. Paxi Destille. Ah, da wird irgendwie destilliert. Höchstwahrscheinlich kein Wasser. So, kostenlos an Handelsposten. Ein neues Gewehr. In welche Richtung ist denn jetzt hier unser wunderbare... Äh, hier. Da ist die Shanath-Zucht. Und zu der werden wir jetzt einfach schnell hinsprinten. Äh, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ist vielleicht unser... Wo haben wir denn unseren... Der Gyrokopter liegt da noch? Hm. Oh. Äh. Ich wollte eigentlich... Na ja, egal. Dann eben auch die Seilrutsche. Sind wir auch direkt nebenan. Einmal hier hochgehüpft. Vielleicht ist der ja noch gut. Der Gyrokopter. Das wäre doch mal was. Da bin ich stark dafür. Ja, sieht gut aus. Er brennt zumindest nicht. Okay, es hat nichts gebracht, das Stoßen. Von hier vielleicht? Jupp. Und schnell drauf da. Und schnell abheben. Oh. Oh. Okay. Alles gut. Uns geht's gut. Wunderbar. Achso, ich hätte vielleicht nochmal hier was... Na, egal. Komm. So. Dann wollen wir mal eben hier. Nochmal eben hier, ne? Ihr kennt ja schon. Was wäre jetzt hier mal eben. Einfach nur um mal eben. Oh, wir stürzen ab. Nein. Tun wir nicht. Ich würde sagen, einfach mal wieder von hier oben. Ganz entspannt hier einfach mal landen. Hier schön auf der Wiese. Wir haben die Möglichkeit nicht in der Nähe von Nashörnern. Und aussteigen. Ich sag mal so. Also das Landen und so. Das läuft mittlerweile. Ach ja, wir haben ja jetzt diese geile... Dieses geile Bolzenschussgerät, nenne ich jetzt einfach mal. Wie, Freunde. War es? Keine Sau da? Doch, da hinten. Wo ist denn... Da irgendwo. Ich will erst mal den Alarm wegschießen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Doch, den mache ich garantiert nochmal, dass ich den Alarm nicht wegschieße. Aber... Scheiße, der ist von hier aus nicht zu erreichen. Dort hinten steht ein Elefant. Den können wir doch bestimmt auch irgendwie nutzen. Komme ich irgendwie an den Alarm ran? Ah, so komme ich an den Alarm ran. Da ist noch ein Piefke, so. Die Frage ist... Die wir uns hier stellen müssen, ist... Wenn ich jetzt schieße, wird er dann darauf aufmerksam. Höchstwahrscheinlich. Wenn ich ihn jetzt erschieße, sieht ihn dann jemand. Das ist doch nicht zu fassen. Man kann tatsächlich durch Äste nicht durchschießen. Aber das Ding ist kaputt auf jeden Fall. Wow! Wow! Alter! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach, du Kacke, ey. Falsche Tastell gedrückt. Wo kommt denn der Tiger plötzlich her? Alter, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wie witzig ist das denn, ey? Zack, direkt mal ein Tiger nebenan. Unser Gyrokopter ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Schade, dass sowas nicht abgespeichert wird, ey. So, gut. Aber ganz offensichtlich kann man nicht durch Äste hindurchschießen. Sag ich ja immer wieder, es funktioniert einfach nicht. Man kann durch Äste nicht hindurchschießen in diesem Spiel. Eine recht große Schwäche, muss ich sagen. So. So, da steht nur einer. Jo, das Ding haben wir schon mal. Ihn haben wir auch, der ist auch ins Wasser gefallen, das ist sehr gut. Oh. Was sagt er? Ne. Hör auf, du Kack, VA. Okay, was muss ich tun, was muss ich tun, ich gebe mir die Taste. D, 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 D. Alter, ich krieg die Krise. Alter. Meine Fresse, ey. Der hält was aus, ich glaube nicht. Was ist jetzt passiert. Ich glaube, sie wissen, dass ich hier bin, kann das sein. Sie schießen tatsächlich wieder mit Mörsern, ey. Die haben doch echt eine andere Waffe, ey. So, dann würde ich euch mal vorschlagen, wir kommen von hier. Ist wieder ein Jäger, ey. Ist tot. Ist auch tot. Auch tot. Überraschend guter Schuss, muss ich sagen. Was kommt da noch? Okay. Da ist jemand von uns. Das finde ich gut. Tot. Tot. Verdammt. Wie schön war das denn, ey. Hat er ihn einfach mal weggefahren. Umgefahren, totgefahren. Traumhaft, ey. Das war immer richtig geil. Schön in Zeitlupe. So. Neue Aktivitäten. Weltkarte ansehen. Ähm. Gut. Herc ist noch mal hier. Ist klar. Wir haben allerdings natürlich hier unten eine goldene Fahrtmission, ne. Die ich immer ganz gerne übersehe, ehrlich gesagt. Da könnten wir uns auch mal hin durchschlagen und mal umschauen, was es denn hier unten so gibt. Wir können uns auch einfach hin porten. Gehe ich stark von aus. Jetzt werden wir erstmal hier drin. Und erstmal ein bisschen was verkaufen. Und kann ich den zufällig. Nein. Ich könnte mich heilen. Die Frage ist, will ich das? Doch, ich will das. Meine Tochter. Bitte. Wir haben ihn. Ich brauche Hilfe. Wie sie ganz entspannt da sitzt und einfach mal Janisch macht. Während sie brüllt. Schade. Wir haben nichts, was wir verkaufen können. Kauf und anpassen. Was gibt es nicht mehr Schönes? Äh. Wir können uns auf jeden Fall den holen. Wir können uns hier von... Oh. Wir haben kein Geld mehr. Es ist nicht zu fassen. In letzter Zeit haben wir echt Geldprobleme, wa? Jemand bitte, bevor es zu spät ist. 22.500, 400 XP. Okay. Wir brauchen mal ein bisschen Geld. Wir segnen dich. Es muss schnell gehen. Die Royal Army kam ins Dorf und nahm die Mädchen mit. Auch meine Mina. Wir haben uns gewehrt, aber sie waren stärker. Wo bringen sie diese Mädchen hin? Ich weiß nicht. Ich kann dir auf der Karte zeigen, in welche Richtung sie sind. Aber mit jeder Sekunde wird es schwerer, sie zu finden. Wir müssen los. Ich gehe. Du bleibst hier. Ja, falls jemand fliehen kann und zurückkommt. Genau. So sieht es einfach mal aus. Du bleibst hier. Ich kram mir mal eben eine Spritze in den Rahmen. In den Arm. In den Rahmen. Und gucke mal eben auf die Straße, auf die Karte, wo ich denn hin soll. Hier soll ich hin. Ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja gut. So. Ich nehme mir mal kurz euer Auto, Jungs. Ich würde ja gerne hiermit mal schießen, muss ich sagen, mit dem Teil. Bonus-Karma-Missionen erhalten. Mehr als die Hälfte der Glockentürme haben wir mittlerweile befreit. Wie gut ist das denn? Das ist ja mal richtig gut, ey. Bin ich äußerst zufrieden mit uns. Mit unserer bisherigen Leistung. Steigen wir eben aus. Hoffentlich werde ich jetzt nicht überfahren von den Jungs. Sieht nicht so aus. So. Was ist denn hier los? Ah, da unten sind sie. Okay. Alles klar. Was ist meine Aufgabe? Muss ich mir jetzt tatsächlich dieses Gewehr hier nehmen? Darf ich es nicht mit anderen Dingen machen? Das ist ja mal schade, ey. Jo, das da drin scheinen die Geiseln zu sein oder sowas? Hm. Okay, den Bogen behalte ich eigentlich ganz gerne. Machen wir einfach erstmal so. Fokussiere und zoome auf Gegner, um sie zu identifizieren und ihre... Ich weiß. Dankeschön. Das sind die zwei Jungs, die ich wegkauen soll? Oder wie? Oder was? Da hinten ist noch ein Scharfschütze. Sonst noch was hier. Muss ich mit... Ich muss jetzt wahrscheinlich mit... Der Pumpgun, ne... Oh, alter Witz. Wollt ihr mich veräppeln? Tötet die beiden Kommandanten mit einer Schrotflinte. Aber nur die beiden Kommandanten, ne? Das ist ja mal gut. Dann kann ich den Rest doch erstmal mit was anderem ausschalten, möchte ich meinen. Auf weg zumindest. Gucken wir mal. Da oben ist ja ein Scharfschütze. Die Frage ist, wenn wir den da jetzt wegballern, würde er gesehen? Wahrscheinlich. Okay, ähm... Fahren die auch wieder weg? Wahrscheinlich nicht. Jut, dann machen wir das anders. Wir werden... Die zwei Jungs natürlich mit der Schrotflinte, ist klar. Die hoffen wir uns aber gleich ab. Wir werden jetzt erstmal hier außen rum. Uh, da ist ja noch jemand. Das ist ja mal gut zu wissen, ey. So, Freundchen, lauf mal bitte da hin. Da so. Ja, was zum Teufel. What the fuck, sagt er. Jetzt gleich sagt er ja nichts mehr. Okay. Der Hauptmann kommt. Verdammt. Ich glaub, der ist tot. Was? Wie? Alter, das würde auch nicht mitmachen. Durchsucht alles. Ihr läuft ein Mörder rum. Jupp. Eine Belohnung für den, der ihn findet. Oh, 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 oh. Nein, entdeckt. Erstmal weg hier. Ist ja kein Problem. Gibt nur weniger XP. Hoffe ich zumindest, dass es kein Problem ist. Sollen wir das ganze Gebiet hier umlaufen? Oh, hier komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. So, jetzt erschließen wir erstmal den Rest und dann die zwei Jungs mit der Schrotflinte. Könnte natürlich auch mal einen auf Rambo machen, aber das ist ja nicht mein Ding. Wat, Amerikaner? Bin doch gar kein Amerikaner. Irgendwann kriege ich dich noch, Gale. So. Schießt einfach auf alles, was dich bewegt. Ihr habt die ungefähre Richtung. Findet ihn. So, jetzt kommt man hier hoch. So, einmal rumgerannt. Okay. Nichts für mein Freund. Oh, Nachladen. Nachladen ist jetzt ganz schlecht. Oh. Das war knapp. Hau dir in das Spiel. Nein. Wieso ist das immer so in diesem Spiel? Wieso hauen die einen so runter, ey? Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich kriege die Krise. Jetzt haben wir dummerweise, jetzt haben wir auch, ach, ich kriege die Krise. Jetzt haben wir auch keinen Scharfschützengewehr. Jetzt hängt hier nur noch eine weitere. Ihr kriegt die Krise. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Meine Fresse, ey. Jedes Mal ist das so. Mann, 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 Mann. Warte mal. Äh. Y. Multi-Kill. Ja, ja, für ein neues Kühlrad, ist schon klar. Da hinten ist ein Scharfschütze. Wo ist er denn? Fuck. Komm mal. So, ist tot. Da sind die zwei Jungs. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ihn umhauen. Äh, die zwei. Ich hoffe mal, dass sie mich diesmal nicht erwischen, ey. Problem ist eben, dass wir... Was macht ihr denn da jetzt? Dass wir nicht genug Munition für beide haben. Müssen dazwischen auf jeden Fall einmal nachladen. Okay, der eine läuft zumindest hier mal ein bisschen einsam rum. Einsam würde ich dazu jetzt nicht unbedingt sagen, aber zumindest ein bisschen weiter weg. So, dann gucken wir mal. Können wir denn vielleicht jetzt von hier aus ihm einfach so... Nachladen. Was? Worum geht es hier? So. Ich möchte einfach mal meinen. Jetzt sieht es soweit ganz gut aus. Hier nochmal eine Hundemarke. Und wir durch mit dem Thema. Wunderbar. Traumhaft. Mach ein Foto von allen Zielpersonen. Oh. Moment. Mach ein Foto. Knips. Knips. Ja. Mhm. Wie die sich immer hinlegen, ey. Schon cool, ey. So 22.000. 24.000 haben wir noch bekommen. Wir haben ein bisschen was an Geld bekommen. Das ist gut. Denn das brauchen wir. Ich müsste mich tatsächlich mal wieder angewöhnen, hier ein bisschen was zu looten und so. Und nicht einfach nur von Mission zu Mission zu rennen, weil wir haben echt Geldprobleme. Massive Geldprobleme, Freunde. Müssen wir was dran ändern. Den nehmen wir nochmal mit hier ein bisschen. So. Hm. Ein bisschen noch rumpuppeln. So. Wo ist die Kiste? Hier soll doch irgendwo eine Kiste sein. Ist die drin oder was? Hier ist sie. So. Schutzhelm. Wunderbar. Sonst irgendwas Interessantes hier? Nope. Alles klar. Perfekt. So. Dann würde ich einfach mal sagen, wir werden jetzt tatsächlich mal hier runter zur goldenen Fahrtmission. Und da mal ein bisschen weiter. Mal gucken. Was uns das Schönes erwartet. Ich habe hier ein bisschen mayonnaise- excuse für das Hip- nagte Nadelf capitalism. Also embarrassed- pitch-escерт. Da ist gut alleine.